Was ist der Traditionsunternehmen? Dataform Dialog Service ist ein Traditionsunternehmen, zunächst als Familienunternehmen gegründet. Wir haben uns in den letzten 37 Jahren, so lange besteht unsere Firma Dataform mittlerweile, auf drei Standorte fokussiert. Hier in Ammerndorf, hier in unserer ländlichen Region, konzentrieren wir uns voll auf die Mailing-Produktion. An den anderen beiden Standorten ist mehr die Logistik im Vordergrund und ein Service-Center. Wir machen ca. 100 Millionen Mailings jedes Jahr und an den anderen beiden Standorten, wo vorwiegend die Logistik zu tragen kommt, produzieren wir pro Jahr weit über 800.000 Pakete, die wir versenden. Die Marktgeschichte verlangt es einfach von uns. Unsere Kunden kommen jeden Tag mit neuen Anfragen, mit neuen Ideen. Und ein Dienstleister wie wir sind, sagt natürlich niemals Nein, sondern man sagt immer, ja, wir setzen das um, das kriegen wir irgendwie gebacken. Man baut dann selbst Maschinen, man lässt sich von Kundenseite inspirieren oder auch eben von Maschinenherstellern. Und so setzen wir die Dinge dann einfach um. Also der Markt schreit danach, Datenschutz und so weiter, alles das steht im Fokus, im Vordergrund heute. Und darum muss sich ein Unternehmen wie Daraform grundsätzlich verändern. Das wichtigste Instrument zur Nutzung multipler Daten bei uns im Haus ist das Datenmanagement bzw. die Datentechnik. Hier laufen alle Prozesse zusammen im Haus und die Daten werden vollautomatisiert an die Produktion übertragen. Wir versuchen unsere Prozesse im Vorfeld immer so zu steuern, dass es möglichst einfach und effizient an die Produktion übergeben wird. Das heißt automatisierte Prozesse, integrierte Jobtickets, um die Daten einfach dann zu verarbeiten. Im Klartext heißt das, dass wir für die Produktion immer mit Schachtsteuerungen arbeiten, um die Workflows so effizient wie möglich zu machen. Und hinten raus bei der Produktion sparen wir uns im Endeffekt die ganzen Kodierungen, Steuerkodierungen, um die Unterlagen zusammentragen zu können. Die Vorteile in der Zusammenarbeit mit RICO lagen darin, wir haben zunächst bei einem großen Projekt für einen Finanzdienstleister Anforderer Mappen zusammen entwickelt. Und durch die Randlustproduktion ist uns RICO sehr entgegengekommen. Deshalb haben wir uns letztendlich auch für die Systeme entschieden. RICO hat eine wesentliche Rolle bei uns dazu beigetragen in dieser grundsätzlichen Veränderung. Auflagen gehen zurück, Mailings werden individueller, die Personalisierungen, auch die Bildpersonalisierungen werden viel individueller, viel professioneller gemacht wie noch vor Jahren. Und da war RICO für uns ein wichtiger Partner in der Richtung. Wir waren schnell überzeugt von der Technik, von den Möglichkeiten, die uns die Maschine bietet. Und der Markt hat förmlich danach geschrien nach diesen Veränderungen, die wir glücklicherweise mit RICO zusammen einbauen konnten. Dabei produzieren wir hauptsächlich im Tagesgeschäft. Das heißt, es kommen die Daten im Lauf des Tages rein. Wir produzieren im Digitaldruck tagesaktuell, verarbeiten das und versenden das dann am gleichen Tag. Das Konzept kann für mehrere Branchen verwendet werden letztendlich. Wir haben das für Messen schon verwendet, dieses Konzept. Wir haben das auch für Wahlunterlagen schon verwendet. Wir haben natürlich lange hier unsererseits geprüft, für welchen Anbieter wir uns entscheiden sollten, was den Digitaldruck angeht. Wir waren aber wirklich, muss ich sagen, sehr schnell von RICO überzeugt, aufgrund der Flexibilität und der hohen Qualität, die uns RICO bieten konnte. Durch die Randlosproduktion über die Pro C901 haben wir uns im Endeffekt bei der Produktion, bei der Nachverarbeitung einige Prozessschritte einsparen können und dadurch den Prozess bei uns im Haus auch deutlich verschlanken können. Der Service von RICO ist außerordentlich gut. Wir haben da in der Vergangenheit super zusammengearbeitet. Wir haben einen festen Techniker, einen festen Ansprechpartner, der uns zur Verfügung steht. Und es gibt eine super Lösung auch für Vertretungen letztendlich, wo die Ansprechpartner einfach aus dem FF wissen, was sie zu tun haben und unsere Anforderungen kennen. Auch von Vertriebsseite mangelt es nicht an Unterstützung. Da haben wir einen Vertriebskollegen, mit dem wir sehr eng auch zusammenarbeiten und immer eine Lösung parat haben für alles, was so anfällt. Das Business Driver Programm von RICO ist für uns ein nützliches Tool, da viele Marktveränderungen aufgegriffen werden, Neuheiten aufgegriffen werden, wo wir uns in Zukunft hin entwickeln können. Durch die gemeinsam entwickelten Projekte ist sehr viel Know-how von beiden Seiten eingeflossen, wovon die Dataform als auch RICO profitieren konnten. Dr. FIG Untertitelung des ZDF, 2020